Liebe ehemalige Kulturweltfreiwillige, liebe aktuelle Kulturweltfreiwillige, liebe zukünftige Kulturweltfreiwillige, liebe Freundinnen und Freunde von Kulturwelt, ich bin Anna Felge, ich leite den Internationalen Freiwilligendienst Kulturwelt mit meinem sehr, sehr wunderbaren Team. Ich grüße Sie herzlich aus dem eisig kalten Berlin, wo wir alle zusammen auf ein sehr erfolgreiches, schönes Jahr 2015 zurückblicken. Mit unterschiedlichsten tollen Aktionen, wir hatten internationale Freiwillige bei uns zum ersten Mal, die Alumni waren sehr aktiv, also eine fantastische Sache. 2016 liegt vor uns, wir freuen uns sehr auf weitere Kooperationen, wir sind abenteuerlustig und zu allem bereit. Wenn Sie mit uns einen Freiwilligendienst machen möchten, dann bewerben Sie sich ab dem 14. März. Wir haben so viele Freiwilligenplätze wie noch nie. Ich wünsche uns allen ein tolles, spannendes Jahr 2016 und freue mich auf Sie!